und herzlich willkommen zu einer neuen runden gta 5 wir machen noch ein kleines rennen Ich weiß, dass ich keine Chance habe mit dem Wagen. Er sieht aber wieder aus. Das ist der 007K. Das ist stark versaut. Jetzt sind wir alle mit dem 007K. Aber wie es kein Konzept ist, ist super cool. Hat das ideal zu versuchen zu fahren. Kein Verkehrer. Oh, wie arschig. Und ich bin der Bulltimer. Aber wie man es sieht, schnell. Die Power ist bereits nichts. Ja. 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 Das ist Jesus. Das ist die Power. Das ist die Power. Das ist die Power. Oh, Melvi, 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 Melvi. Das ist kein Fehler. Wie soll ich euch denn da gehen? Mit euren? Sportwagen. Sportwagen. Wie soll das denn das machen? Mit euren girls? Wollen wir dich mal hören? Ja, wie soll ich euch denn hier machen? Wie soll das denn sein? Ja, ich höre dir nicht, dass wir uns machen. Ja, ich höre dir nicht, dass wir die Augen führen. Das sind die. Das sind die Redaktion der Motor. Das sind die Redaktion. Ja, das ist der Null. Oh, da komm ich gar nicht ran. Von der ersten Schlimmsteil. Ah, wie geil. Da haben sie sich für die Sehwähl. Und ich auch. Scheiße. Falsche Riesgung. Ja, ich lache da drüber noch. Scham. Oh. Karma ist der Liedspiel. Was? Platz 3. Platz 3 mit Oldtimer. Hätte ich die Kurve sogar noch gekriegt, hätte ich den einen auch noch erwischt. Tja. Power ist nicht alles. Machen wir es uns jetzt mal für die Runde. Platz 3 mit einem riesen fette Pazza. Oh, gibt nicht viel Geld, aber nicht viel. Junge, was machst du da? Super. Du hast den Punkt mitgenommen. Also du wirst das gar kennen, ja. Oh. Ah, komm. Die Leute sind lustig. Fahr mir noch eine Runde. Jo, Peace, Alter. Soll ich die auch gemacht? Ja, komm. Die Karre, die er hatte, hab ich keine Chance gehabt. War eine schöne Runde. Sultane Maseram. Ach komm, mach dir mit. Kommt, Jungs, macht mit. Ja. Ja. Finde ich gut. Jetzt kommt das hässlichste Auto. Okay, das zweithässliche. Ich hab noch ein hässlicheres. Da sieht man wieder Farbkombinationen. Felgen. Das ist ja alles angeschmissen. Das ist so der erste Mal. Der nächste Mal. Ich muss mal drüben, ich muss mal drüben, ich muss mal drüben, ich muss mal drüben, Vollkommen. Scheiße ist das denn? Jetzt hat der Helmi wieder auf. Warum hast du die Maske nicht auf? Ja, in Kombination mit den Reifen. Die Reifen und die Farbe, ne? Nein! Ich hab jetzt nicht gewacht, was wir da getan haben. Nichts. Naja. Naja. Ja. Nimm zu langzaend. Nimm zu langzaend. Nimm zu langzaend. Nimm zu langzaend. Na, auf die Schüttung. Nein. Einen kommt noch ein bisschen hochzuschauen, oder? Aber scheißegal, was wir mitmachen. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Waaas? Die auch schon die ganzen Sportwagen haben. Oh, was ist passiert? Ich hab' den Namen. Ne, ich hab' den tollen Verschillen am Auto, den wir hier bei dem weg sind. Kein Wunder sammeln. Nö. Ich hab' den Verschillen per save. Nö. 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 Das war's für heute. Ich bin jetzt hier. So, jetzt hier. Wir müssen uns wieder zurückkommen. Aber wir wollen etwas new. Wer ist bereit für ein Cirkel-Tip? Wer ist bereit für ein Cirkel-Tip? Ich möchte einen da, und einen da. Und das ist der coolste Sache. Und das ist das, wir werden die Möder-Tip. 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 Oh, leider fahren wir doch noch. Das ist ein bisschen Spaß. Man sieht sich immer wieder. Weiß wir sie doch? Was wird passieren? Wir werden immer mehr. Nur vor Lachen. Ist das 2? Warum? Ist das 1? Ist das rausgegangen? Was ist denn passiert? Habt ihr euch jetzt nicht von abgeschossen? Das ist ja schon selten gewesen. Wir haben ganz recht und ganz frei. Am Anfang gehen wir ja abgeschossen. So, da haben wir jetzt 2 Fahrt. Wollen wir gleich anzustrengen. Oh, ich bin schon aufgeholt. Aufgeholt ist abgeholt. Kannst du euch nicht schlechten, wenn man hier drücken hat. So oder so. stiffen. Zach, sichtbar. Vamos, waiting in den 14. Nach einer Clast. Nein, das stimmt nicht doch. Es ist eine Verlängerung! Rundfunk Kurbs vorm Ziel. Yeah. Ach. Schade. Ich dachte, ich steige ihn ein bisschen aufs Dach rum. Schöne Runde. Nur eine vier Kunde. Du bist zwei Kunde. Egal. Egal. So. Gab ein bisschen Knete. Ein paar Erfahrungspunkte. So. Jo. Peace. Herzlichen Glückwunsch. Und zu Checkmacher. Schönen Tag. Man sieht sich oder hört sich. Besser gesagt, man hört sich. Und ciao, ciao.